Willkommen zurück, Leute, zu Sonic Lost Worlds. Wir befinden uns hier in den Desert Ruins und wir machen weiter mit der Desert Ruins Zone 2. Ja, geile Sache. Ich muss echt sagen, ich freue mich extrem. Du, Fettwanz, kümmere dich um die blaue Nervensäge. Hey, wer ist hier ein Fettwanz? Du, wenn du dich beeilst und Sonic schnell vernichtest, bekommst du ein noch größeres Sandwich. Oh toll, Sandwich. Also eins können wir an der Stelle wohl schon sagen, der Typ war nicht so oft bei Subway Sandwiches. Denn man sagt ja so schön, dass Subway Sandwiches, oh mein Gott, oh mein Gott, ich krieg Angst hier, ich krieg Angst. Äh, achso, ich falle. Ich falle, okay, das merke ich erst jetzt. Äh, man sagt ja so oft, durch Subway Sandwiches kannst du gut abnehmen, ne? Wird so behauptet. Ja, ja, Igel zum Abendbrot, das hättest du wohl gerne. Den Typ, den möchte ich auch. Ah, boah, das war eng. Das war richtig kacke knapp. Oh, das Level ist aber durchaus sehr cool, oder? Da bilde ich mir das jetzt ein. Bin das nur ich, der der Meinung gerade ist? Fünf. Ich will alle. Vier. Ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Zwei. Da ist die. Eins, hab ich auch. So, was hat mir das gebracht? Ich weiß es wieder nicht. Ich hab schon wieder nicht verstanden, was er gesagt hat, aber er will irgendwas nur ab und zu essen, weil es sonst so ungesund wäre. Naja, das ist so, wie wenn ich nur ab und zu zu Burger King gehe. Nur ganz selten. Denn es ist sehr, sehr ungesund und das tut meinem Körper nicht gut. Und das ist eine Tatsache, das merke ich auch. Aber, wie es halt, oh ja, wunderbar, spring über alle Leben rüber, weil die brauchst du nicht, Wollo. Das ist so vollkommen unnötig. Wer, wer Skiller ist, der braucht die Leben nicht. Okay, das war Nummer vier. Ey, ich muss doch mal wirklich sagen, das Spiel macht so viel Spaß. Krass. Ja. Noch doofer als sonst. Er ist cool, oder? Er ist ein bisschen cool. Der kann auch über sich selber lachen. Das ist doch schön. Erinnert mich an mich selbst. Stimmt. Äh, Sonic ist voll der Schmachthaken. Ist ja nichts dran. An dem Typen. Ich nehme einfach mal an. Achso, nee, das war... Wow, okay. Wow, das ist ein... Oh, ist auch interessant hier. Auf jeden Fall. Kann ich dich jetzt auch mal... Jetzt, endlich. Kann ich den auch mal treffen? Ist immer ein bisschen doof, wenn ich mich so unendlich krass, dämlich bei den Endbossen anstelle. So, kann ich vielleicht nochmal treffen? Kann ich vielleicht nochmal? Nee. Es geht bei dem wirklich immer nur einmal. Aber bei dem anderen, da konnte man ja tatsächlich auch öfter treffen. Okay, aber schwierig ist das nun... Wirklich bis hierhin nicht. Du kommst mir gar nicht gut. Oh. Da hätte ich vielleicht drauf achten sollen. Aber ich glaube auch, dass ich den vielleicht so angreifen könnte, ne? Das wäre natürlich ganz cool. Komm schon, komm schon, komm schon. Den nehmen wir mit. Nee, das geht nicht. Okay. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wollen wir hauen ihn jetzt auf jeden Fall um. Ich will doch einmal hier doch den Typen schnell besiegen, Mensch. Macht es doch nicht so spannend. Für dich nicht. Nee. Ich habe gerade eben kurz gelesen. Also, was heißt gelesen? Ja, doch gelesen. Ich habe es gelesen. Ja, das ist schon richtig. Dass das Spiel echt ein kurzes Spiel wird. Das ist... Meine Vermutung ist also richtig. Wir haben ja ein sehr, sehr kurzes Spiel vor uns. Aber... Wenn es so viel Spaß macht, ist das schon okay. Okay. Energiepegel stabil. Extraktor aktiviert. Ich fühle mich von Sekunde zu Sekunde starker. Energiepegel schwanken. Reaktion instabil. Ich würde es wieder ausschalten, Boss. Sonst überlebt es sich. Na, dann mach es aus. Oh, warum hat es aufgehört, Boss? Ich habe mich so gut gefühlt. Die Maschine ist instabil. Wir wollen diesem Planeten nur etwas Energie abzapfen. Wir wollen ihn nicht zerstören. Jedem das Seine. Hm, und warum will er das Ding zerstören? Wissen wir nicht. Finden wir aber noch raus, nehme ich an. Ja. Ähm, dass dieses Spiel ein relativ kurzes Spiel ist. Also ich persönlich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich bin sowieso der Meinung, es gibt... Gut, es war eine Zeit lang so, dass wirklich... Oder, naja, was heißt eine Zeit lang? Es ist halt so, dass viele Leute sich darüber aufregen, dass die Spiele, ja, so teuer sind und man dafür meist nur wirklich, ja, nur so super kurze Games bekommt, ne? Ich meine, so ein Acht-Stunden-Spiel ist ja in der Regel schon echt lang. Wow, wow, wow. Habt ihr übrigens gemerkt? Dessert-Runes. Das ist nicht mehr Desert, sondern Dessert. Und das macht doch Sinn, weil wir sehen es gerade, ne? Ja, das war gut, das war gut, das war gut. Aha, so geht es nicht. Besonders... Und... Komm, jetzt haue sie um! Das geht so nicht. Nein. So soll das doch nicht gehen, oder? Das ist ja extrem nervig. Ich... Ich glaube, diese Gegner, die lasse ich lieber ein bisschen außen vor. Ist dann egal, ja. Dieses Spiel hier ist ja sogar nicht vollpreis, sondern das kriegst du schon für 45 Euro. Zumindest habe ich dafür jetzt 45 Euro bezahlt in meinem Games-Laden und... Bekanntermaßen ist der in der Regel ein bisschen teurer als andere. Das sind so ein bisschen kleine, gierige Typis, das kann man so sagen. Aber macht nichts. Dafür sind sie nett. Ja, Mann. Gierig, aber nett. Ist doch okay. Man muss auch mal ein bisschen ans Menschliche... Weil man da wieder sagen könnte, ey, wenn die gierig sind, sind die menschlich, aber nicht tipptopp, Wollo. Ja, geht. Geht, geht. Passt schon. Ich will über die rüber. Nein. Sind die typisch nervig? Ich glaube nicht, dass ich die so besiegen muss. Ich glaube es wirklich nicht. So, das will ich aber auf jeden Fall aufmachen hier. Weil ein paar Tierchen möchte ich hier dann doch schon bespreien. Wäre ganz geil. Kann ich hier eigentlich drauf? Ne. Wie soll das denn? Ach doch, kann ich wohl. Boah. Wie soll ich das denn machen? Okay, das geht sogar eigentlich relativ gut. Okay, da habe ich mir umsonst Sorgen gemacht. Alles ist cool, alles ist cool. Ja. Also ich für meinen Teil... Ich finde, Spiele dürfen ruhig ein bisschen kürzer sein. Vor allen Dingen, wenn sie nur 45 Euro kosten. Und es ist einfach so... Also meiner Meinung nach ist das eine Tatsache... ...dass lieber ein kurzes Spiel als ein gestrecktes Spiel... Nein! Oh. Ey, kannst ja kaum sterben, wa? Fast unmöglich zu sterben. Na gut, nicht schlimm. Also wie gesagt, lieber ein kurzes Spiel anstatt, dass es künstlich gestreckt wird. Weil dieses künstlich gestreckte... Das mag ich tatsächlich überhaupt nicht. Und da sind die restlichen. Alles klar. Desert Hills, Desert Runes, Desert Runes, Zone 3 abgeschlossen. Wie echte Männer, wie echte Profis. Wie man es halt so macht. Naja, ob man es genau so hätte machen sollen... Naja, egal. Da können wir auch noch das vierte Level tatsächlich in diesem Part schaffen. Das ist ja cool. Aber wie gesagt, es könnte wirklich ein kurzes Let's Play werden. Also wenn man das so merkt hier, wie schnell wir die Welten auch durchbekommen. Wir können aber auch... Das können wir ja auch kurz eben machen. Hier... Äh... Ach, da 5. Desert Runes, Zirkus. Das können wir mal machen. Das ist bestimmt wieder mit dem Touchpad, oder? Ja, okay. Es ist wieder genau der gleiche Kram. Wie schieße ich das jetzt ab? Mehrfach drücken? Achso, immer wieder auf ihn... Drauf drücken. Okay, 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 okay. Das ist schon wieder... Ich muss sagen, ich finde diese Zirkus-Geschichten... Ich sehe den Sonic nicht. Ich finde es ein bisschen krüppelig. Ein bisschen crappy. Wahrscheinlich fehlt nur mir da der Durchblick. Und jedem anderen ist das absolut klar, wo Sonic ist. Aber naja, was soll's, ne? Scheiße. Ich, wie gesagt, wenn die ganzen Tiere da durch die Gegend fallen, dann blicke ich das echt nicht. Da bin ich nicht so der Typ für. Komm, nehmen wir die noch mit. Ja, ist doch egal. Wir haben wieder 296 dazubekommen. Das ist... Das ist unglaublich viel, weil... Ey, wenn ich 300 für das letzte Level da brauche... Und ich habe jetzt schon 1144... Was zur Hölle? Na gut, Desert Ruins Zone 4. Okay, wollen wir mal schauen. Ein Wort des Rates. Diät und Fitness. Das sind aber drei Worte. Hey. Ich verputze dich zum Nachtisch. Mit vollem Mund spricht man nicht. Na klar. Ich habe den Chip vergessen. Bin gleich wieder da. Hey, wo willst du hin? Ich muss sagen, der Typ ist einfach cool. Oder? Findet ihr nicht? Also, ich finde, der Typ ist cool. Ich kann mal ganz kurz versuchen... Ah. Ich dachte, da kann man vielleicht rüber. Ja. Das haben wir gerade eben gelernt, dass es nicht so ist. Oh, Scrolling. Es ist sozusagen Scrolling. Sie versuchen uns Scrolling in einem Sonic-Spiel zu verkaufen. Okay, das funktioniert nicht. Gut zu wissen. Aber gut, warum auch nicht, ne? Mein Scrolling gehört einfach zu jedem Jump'n'Run dazu. Wow. Ich hätte die Tierchen sehr gerne. Hallo? Sonic? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh der... Nein! Schade. Naja, was soll's. Ich, wie gesagt, ich sammle die Dinger nicht. Hey, warte. Boah. Ach komm, mit sowas müssen wir dick einfach leben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh. Gleite auf dem Touchscreen in die gewünschte Richtung. Was? Was? Ach so. Naja. Naja. Ah, okay. Jetzt raffe ich's gerade zum ersten Mal. Tut mir leid, dass ich's nicht sofort begriffen habe, aber... Das ist ein bisschen... Ja, es ist schon sehr, sehr touchy, ne? Wir nennen das ab jetzt touchy. Alles, was mit auf dem Touchscreen passiert und uns nicht zusagen will, weil es halt auf dem Touchscreen passiert, ist ab jetzt touchy. So wie die Katze im letzten oder im vorletzten Part sesslich war, ist das jetzt touchy. Ach ja. Wir müssen da links. Sonic, wir müssen da links. Hast du Bock? Boah, ey, voll der Durchblick, voll der... Uh, rot. Okay, das war doch top. Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Oder irgendwie, es geht. Aber ich muss auch sagen, selbst die 2D-Sequenzen, also, das ist hier wirklich echt... Ich bin... Man merkt's eventuell. Ich bin wirklich... Ich bin extremst überrascht. Ich bin extremst überrascht. Sonic ist immer... Es ist gefährlich. Es ist wirklich gefährlich. Ob du da ein gutes Spiel kriegst, das weißt du einfach nicht. Ich kann nur sagen, Sonic 2006. Also, das ist das beste Beispiel. Ich hab das ja... Das hab ich für die PS3 müsste ich's... Ja, für die PS3, richtig. Für die PS3 hab ich's. Hab ich's zu Hause. Und... Ich wollte das doch schon let's play. So. Und ich hab das doch angefangen. Aber ich habe... Sozusagen die erste Welt nie geschafft. Ich konnte die erste Welt einfach nicht schaffen, weil das Spiel so buggy und kaputt war und es funktionierte einfach nicht richtig. Dass es überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Und dann... Oh man, ich wollte die rote... Und dann hat man zum Beispiel noch so ein Spiel wie Sonic Colors. Das ist wirklich... Sonic Colors ist an sich ein gutes Spiel, aber durch die Wisps, die man da so exzessiv einsetzen muss... Oh nee, das ist auch nicht meins. Kannste knicken. Aber das fand ich auch nicht gut. Selbst in dem wirklich, wirklich, richtig guten Sonic Generations, was ich extremst gefeiert habe, hab ich auch Let's Played übrigens, wen es interessiert. Ist eins meiner... ersten Let's Plays. Dementsprechend können sich Leute, die schon mal ein altes Let's Play von mir gesehen haben, denken, wie dieses Let's Play aussieht. Extrem gut. Oh ja, ist ein Traum. Ne, wenn ihr ein gutes Sonic Generations Let's Play sehen wollt, kann ich euch den Kanal von der Dexter, Dexter mit A, ans Herz legen. Die hat dann echt gutes Let's Play zum Spiel abgeliefert. So, wie man es machen soll, auf jeden Fall. Ja, und mein Sonic Generations Let's Play ist nicht so cool. Aber wie gesagt, selbst in... Ne, so komm ich da nicht rüber. So komm ich da nicht rüber. So krieg ich den Roten nicht. Wisst ihr was? Ist mir egal. Der Rote muss... Der muss jetzt da... Der muss jetzt da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Interessiert mich nicht. Naja. Auf jeden Fall, selbst in dem Let's Play fand ich schon, ähm... die... Sonic Color Stage extremst nervig wegen den Wisps. Also, so wie es bis jetzt hier abläuft, es hält sich ja so in Grenzen die meiste Zeit. Und es ist teilweise auch auf freiwilliger Basis, ob ich die jetzt nehme oder nicht. Und deswegen, da ist das voll okay. Damit kann ich leben. Ja, bringe ich mich dann auch nicht auf oder so. Rüber, 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 rüber. So. Waren wir schon mal so weit? Überlege gerade. Ja, natürlich. Ich kack doch immer an der anderen Stelle ab. Jetzt gleich. Hier sind wir immer zu schnell. Ja, ja. Zack. Naja. Und, äh... Sonic Generations war ja eigentlich auch nur... Ja, was heißt nur? Aber schon größtenteils deswegen so gut, weil sie einfach auch wirklich die besten Stages genommen haben aus den Sonic-Spielen. Und ich meine, was kann man da groß falsch machen, ne? Wenn man das Beste aus dem Spiel nimmt, wird's wohl irgendwie gehen. Okay. Was? Kannst du? Nicht viel, wa? Okay. Ja, das ist ja auch... Ja, schön. Schön, schön, schön. Pack dich da ruhig rein, Sonic. Ist egal. Oh, nö. Gerade noch drüber gesprochen, dass wir den nicht zwingend nehmen müssen, ne? Na gut, komm. Egal. Für den Boss-Gegner sehe ich das jetzt einfach mal ein, dass das voll wichtig ist und so. Da ist übrigens er, würde ich mal behaupten. Komm. Wie scheiße kriegt man den denn, ne? Muss ich den überhaupt so kriegen? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher gerade. Weil ich ihn auch nicht... Ach, ich gehe jetzt einfach mal weiter. Mal gucken, was passiert. Die Farbenergie ist aufgebraucht. Bitte schau auf den Bildschirm. Aha. Okay. Wow, 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 wow. Rüber, 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 rüber. Okay. Komm, nimm das. Nein. Ey, der packt sich da rein und kommt da nicht mehr raus. Na, ob das jetzt so tiptop fair ist, weiß ich nicht. Okay, ich muss gleich echt versuchen, aus dem Typen wieder rauszukommen. So, okay. Geht doch. Rüber. Kommt's nochmal, oder? Natürlich. Ah. Nimm das. So. Es ist echt dämlich, wenn der da drin stecken bleibt. Das war's schon. Mehr willst du mir nicht antun? Wir haben den noch gar nicht richtig besiegt, oder? Naja, egal. Besiegt ist besiegt. Desert Ruined Zone 4 beendet ist beendet. Ist mir egal. was soll's denn? Ich feile an euren Fähigkeiten. Ich stelle euch meine allerbesten Roboter zur Verfügung. Ich gebe euch sogar ein Riesen-Sandwich und trotzdem enttäuscht ihr mich. Ich bin ein gutherziger Mensch. Die Muschel sieht verdächtig aus. Moment mal. Sonic! Ich glaube, das Ding in Dr. Eggmans Hand ist... Nein! Dr. Eggmans Muschel ist weg. Das war ein Fehler. Papa la Pap, seit wann ist es ein Fehler, dir dein Spielzeug wegzunehmen? Seit es das Einzige ist, was sechs wütende Zettie davon abhält, meine Roboter zu kontrollieren, blödes Stachelfieh! Greift mal! Lasst ihn dafür büßen, dass er uns versklavt hat. Ich drück mich nicht gern vorm Kämpfen, Kales, aber ich will nicht, dass du weggeputzelt wirst. Ja, nicht weggeputzelt zu werden, wenn es... Oh Mann! Oh Mann! Wir gehen! Oh Mann! Ich hätte auf dich hören sollen, Kales! Was du nicht sagst? Immer diese voreiligen Entscheidungen. Sollte man nicht tun, auch im echten Leben nicht, Leute. Ganz wichtig. So. Entschuldigung. Im nächsten Part geht es weiter mit... Ja, mehr Level für den Zwei-Spieler-Modus. Das ist ein Traum. Geht es auf jeden Fall weiter mit der Tropical Coast. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dann und ciao.